So, hallo zusammen, hier ist Zillow's Queue mit dem Astrid Breed Let's Play. Astrid Breed, äh ne, kannst du uns hier gut aussprechen. Astrid Breed werden wir später, beziehungsweise später im LLP klären, warum das Spiel so heißt. Hier sind wir erstmal beim Chapter Select, beziehungsweise wir können hier schon mal beim Start Game rein und dann sind wir hier. Und dann können wir solche Einstellungen machen, wie dass die Dialoge angezeigt werden, welche Richtung wir die Zielsuchangriffe machen können. Und die Schwierigkeitsgrad. Und weil ich das Spiel schon einmal durchgezockt habe, kann ich bereits ein anderes Craft nehmen, werde ich aber jetzt hier nicht machen. Ich werde einfach mit dem Standard Craft anfangen. Und, äh, ja. Fangen wir mal an. Also nach Chapter 1 ist es eine Weile vergangen. Und ich lasse euch nochmal die Story sehen. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin sehr sicher. Wenn ich den Park durchführen werde, dann bin ich die Aufmerksamkeit. Ja, dann können wir das in den Park. Die Chiristen tun wir auch. Ja, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Die Frau, ich bin so nicht weiß. Was ist das?